Ferdinand EXL war ein österreichischer Schauspieler sowie Begründer und langjähriger Direktor der Tiroler Theatergruppe Excelbühne. Leben nach Auftritten am Bauernteater in Pradel begründete er in Wilten die »Erste Tiroler Bauernspielgesellschaft«, die am 31. März 1902 mit Ludwig Anzengrubers Pfarrer von Kirchfeld im österreichischen Hof ihre erste Vorstellung gab und in der Folge als Excelbühne mit der Aufführung von Volks- und Bauernstücken, unter anderem von Anzengruber, Karl Schönherr, Franz Kranewitter und Rudolf Briggs, große Bekanntheit erlangte. Das Theater übersiedelte später nach Innsbruck, wo Ferdinand EXL von 1915 bis 1920 das Innsbrucker Stadttheater leitete und 1919 die Innsbrucker Kammerspiele gründete, die er bis 1922 leitete. Von 1927 bis 1931 war EXL künstlerischer Leiter des Wiener Raimund Theaters. Vereinzelt trat er auch in volkstümlichen Filmproduktionen auf, zumeist mit anderen Ensemble-Mitgliedern der Excelbühne, wie 1921 in Glaube und Heimat, 1939 in der Feuerteufel und 1941 in der Meinheitbauer. Am 30. März 1933 trat EXL der NSDAP bei. Wie viele andere stellte er sich 1938 nach dem »Anschluss« Österreichs der Nazi-Propaganda für den Wahlaufruf der Wiener Künstler zur »Volksabstimmung« zur Verfügung. Im Dritten Reich hochgeschätzt, feierte das Ensemble Erfolge als »Wehrmachtsbühne« und spielte unter anderem 1944 für die SS-Wachmannschaft im Konzentrationslager Auschwitz. Nach seinem Tod 1942 übernahmen seine Frau Anna EXL und die gemeinsame Tochter Ilse die Leitung der Excelbühne, die 1956 aufgelöst wurde. Ehrungen 1942 wurde Ferdinand EXL Ehrenbürger der Stadt Innsbruck. 1962 wurde die Excelgasse im Innsbrucker Stadtteil Höttingerau nach ihm benannt. In Wörgel erinnert die Verdienerntexelstraße an ihn. Am Nachfolgebau des österreichischen Hofes in Wilten wurde eine Gedenktafel mit Büste EXLs zur Erinnerung an die Gründungsvorstellung angebracht.